Oh! Falsch an! Ooooooh! Reverse Card, Bro! Oh shit! Früher immer bei Badfoss oder so. Nee, tatsächlich hab ich das immer bei meinem Nachbar gemacht, um bei ihm einzubrechen. Warum sind die Schafe so klein? Oh! Äh! Joni! Nimm deinen scheiß Avocado zurück! Oh nein! Nein, Bro! Was ist das für ein Müll, Alter? Das guck ich mir an! Was ist das? Degger! Yo! Du sagst, ich war mit Minecraft. Ich spielte Minecraft für 8 Jahre. Du zeigst mir, wie... Oh! Okay. Hä? Ja, weiß ich nicht, wie meine Jump Potion... Ja, keiner... Ich weiß es nicht! Bro! Keiner... Alter, ein Staubsauger! Bro, was ist das? Minecraft Roomba! Minecraft Roomba! Oh, geil! Oh nein, das kenn ich, das kenn ich. oh! Ab, dafür! Bro, das ist nicht Fortnite. Alter... Hier geht es... Es sind genau zwölf Stück. Alles ist soweit richtig. Es reicht, er stirbt wegen Lava. Oh, buddy. Haha, nice try. You tried to get me to fall in the lava. No, dude. No, I'm going through. Here, move out of the way. Wait, what? Huh? Yeah. Ah, scheiße auf. Digga, texture pack. Just TP. Boy, R? Okay, käme ich gar nicht. Okay, das war ein gutes Meme. Da haben wir ja extrem... Hä? Bitcoin? Bitcoin Mining? Hä? Da war Bitcoin in Minecraft. Animal Crossing we like. Digga, dieses Scheißhaus. Ich muss ehrlich sein, ich hab das nie gezockt, Animal Crossing. Ich auch nicht. Ja, genau. Ja, ja, ist wirklich so. No joke. Dieses Haus ist so überklein, man hat so todes viel Platz drin, Alter. Digga, wer spielt denn auf PlayStation, Bro? Oha, Bruder. Chris B. Klee. Neiiiin. Natürlich. Bro, wie stressig, Alter. Das ganze fucking Redstone. Mojang Studios. Okay, man. Mama? Das texture pack ist extrem weird. Das texture pack. Sogar die Wien, Alter, was, ey? Ey, geil. Okay, da wird ein Skin gerade gemacht, so sieht es aus, die Datei. Was wird das? Das ist ein Enderman, oder? Das dachte ich auch gerade. LOL. Enderman jetzt, oder? True. Wir waren das erste Night in Minecraft. Real Talk. Real Talk. Einfach immer noch so bei mir. Bei mir auch, Jürgen. Digga, oh mein Gott. Bro. Was ist das für eine Maschine, Alter? Eine Angstmaschine. Ich glaube, die baue ich auf Craft Attack. Oha, Bruder. Einfach deutsche Standards. Perfekt. Tschüss. Tschüss. Alter, Bro. Oh, yo, übertreib mal mit dem Texture Pack, Bro. Dicker. Krank. Ja. Digga, neue Crisis, oder was? Aber das ist halt niemals ein Texture Pack. Das ist doch safe geändert, oder? Das ist ein Texture Pack. Es gibt so krass Texture Pack. Krass. Ähm. Ohohohoho. Alter. Meine Albträume, be like. Okay. Ich werde das ein Jump Scare. Ich glaube nicht. Doch. Ich wurde nicht gejumpt. Ich wurde auch nicht gescaert. Tony, what's going on? Tell me you found that cube. Der Minecraft-Shirt. Shit. Sein Schild. Das ist so schlecht. Oha. Oha. Digga, Augmented Reality ist so crazy. Get the fuck out of the room. We play Minecraft. Alter, Junge. Drunk. Digga, das ist LSD-Craft, Junge. Yeah. Wahrscheinlich sieht das so aus. Boah, Junge, mir wird richtig übel, Alter. Holy shit. Oh shit. That's my purse. I don't know you. Hello, young lady. Do you think? Food making in McDonald's. Sugar? Oh, aua. Warum wurde die gerade nochmal die Kuh? Was soll das? Jetzt hat die geguckt. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, sie wird gekillt. Und das Fleisch. Lol, das funktioniert halt echt. Und dann zusammen mit Burger. Perfekt lecker. Mmm. Schmack. Wer macht zivil und baut sowas. Keine Ahnung. Creeper holding a TNT. Boah, könnte ein geiles Konzept sein, oder? Für uns gehen so. Ganz geil, wenn er einen fetten Kuh halten würde. Ja, Junge, halt's mal. Entschuldigung. Oha. Boah. Irgendwie chillig. Das sieht schön geil aus. Ich habe ein bisschen extra Suck-Power. Und ich werde es hier in das Wasser legen lassen und sehen, wie viel von dem Ozean es kann eigentlich... Ah, okay. Das ist ein editierter Block. Und so ein Schwamm, so, ja, ja. Besonders viel... Saugt wie deine Mutter. Wie viel macht ein normaler Schwamm so? Ich glaube, so acht Blöcke und deine Mom so 20. Ja, ich denke. Jetzt rein das Ding. Oh, niger. Perfekt. Okay, es ist laden. Oh, mein Gott. Yo, Dicke. Okay. This looks like a normal desert biome. And then, like, you just look over here. What? And it's ocean. This is the ocean floor. Krank. Was ist das denn? Oh, nein. Ich weiß, das ist schon... Nein, Bro, es ist John C. Ja, Squishy. Ja. Oha, Bro. Guck mal, das ist Minecraft aus Minecraft Blöcken. Checkst du? Hey, ich raff's gerade nicht. Das sind alles einzelne Blöcke, die... Ach, LOL. Junge, das ist crazy actually. Junge, das war gerade übel, der Brain. I built the White House, guys. All right, first things first, you're going to open the creative menu and grab these blocks. Then you're going to need a landscape with certain dimensions like these. This means we need to refer to our dimensions. That means we have to place blocks. This is how you place blocks. Perfektes Bild, Tutorial. Okay. Ich hab jetzt nicht so viel gelernt. All right, now that we've got the beast, the next thing we want to do is build like this. Ah, ja, genau. Danke. Was? Perfekt. Dankeschön. Dankeschön, Mann. Wenn man in Feuer reinfällt, aber fire-resistant getrunken hat. Ich weiß nicht, ob er fire-resistant getrunken hat, Digga. Nicht mit mir. Auf dicker Zombie-Jagd. Nein, ey! Oh mein Gott. Der Hund. Bruh. Das ist mir auch schon mal passiert mit meinem ersten Hund. Also, ja, ja, ja. Ja, ich bin mit dem Stock, bin hinterher gelaufen. Naja, egal. Weiter geht's gut. Say hi, Bern. So dumm, Junge. Ey, warte. Nicht lachen. Mama. Ma. 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 Mom. Mom. Mami. Mama. Mama. Digga. Mama. Creeper. Oh man. Bro. Bro. Wieso? Creeper. Oh man. This is awesome. This is the best Minecraft day ever. The best Minecraft day ever. Ich riech den Creeper schon. There's another Creeper. No, not the farm. Don't worry, Santigo Reyes and Flubschal. Oh. Oha, oha. Hä? Wo ist der hin? Wo ist der gode, man? Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh no. Bro. Hey. Oha! Was war das denn für ne Potion, Mann? Äh... Portion of End... Haha, nice, nice. Oha. Wow, aus welchem Film ist das? Ich glaube, es sieht aus wie Avengers, oder? Was ist tatsächlich passiert? Einfach im Endfight gegen den Enderman... Oha! Alter, ist das billig und dumm, Junge. Lukas, ich glaube nicht, lachen läuft bei dir heute richtig gut, oder? Von Glück hast du noch kein einziges Mal gelacht, Alter. Du bist zum Glück nicht am Lachen gerade. Nee, warte. Ja, ab jetzt machen wir wirklich ernst. Wer jetzt lacht, hat verloren, Freunde. Wer jetzt lacht, hat verloren, ehrlich gesagt. Okay, let's go. Wenn er jetzt Creeper or Man sagt, dann reicht's mir. Junge. Was denn? Warum? Ist nicht lustig. Nice. Das klappt echt gut. Ey, das Kind läuft weg. Hä? Wo ist jetzt... Wo ist der Baby? Sorry. Hä? Hä? Na gut. Muss ja was Neues suchen, ne? Okay, was kommt jetzt? Oha! Ist das Diamanten? Wahrscheinlich sind die so weit oben, oder? Hä? Das ist ne Falle, das ist ne Falle. Hä? Nichts passiert. Hä? Wir wurden doppelt getroffen. Das ist gar nicht passiert. Och Junge, hä? Ich raff gar nichts mehr. Hä? Warum hast du gerade gelacht? Das war lustig. Donkey Kong. Och Digga. Du machst die Lustig, wenn ich über Sachen lache. Da muss ich aber los. Boah, wie heißt der Typ nochmal? Oh, er spielt Hardcore und jetzt Creeper. Boah, der Arme, Junge. Er hat's sogar vorher noch gesagt. Ey, das ist aber auch wirklich das Schlimmste in der Hardcore Welt, wenn Creeper dich holt. Wirklich. Du bist halt One-Hit auch damit, ne? Nö. Creeper. Oh Gott, warum fand ich das wieder lustig? Oh. Ähm. Interessantes Design. Oh, ja. Oh, oh. Oh mein Gott, wie viele macht der da rein. Guck mal, Junge. Hä, was macht der da? Ach, Fische. Jo. Let's go, Junge. Ja, Arme. Ja, Mann. Wenn man nen Slime-Kiss. Immer, immer. Immer, immer. Bro, da kommen immer 100 Stück. Ich schwör dir, stell dir mal vor, wir Menschen wehren so. Du bringst den Menschen rum und kommen zwei kleine Menschen raus. Ich stresse dich, Alter. Okay, das ist geil, das ist geil. Aber es ist halt Realtalk so, ne? Jedes Mal. Warte, wie lang geht dieses Video? Äh, ich glaub 30 Jahre. Ja, wir haben es verstanden. Reicht doch jetzt. Es kommen mehr Slimes raus. Reicht doch. Topfer geil. Aber die dancen ja zur Musik, wusst du das? Echt? Das wusste ich nicht. Ja, ja. Wenn du jetzt den Schallblatt reinmachst. Warte, guck. Warte. Lol, wie geil ist das denn? Das ist richtig nice, ne? Ey, wie krass, Räune. Okay, das ist echt geil. Wie geht's euch deinem Wellensittich? Der ist seit, ähm, ungefähr 10 Jahren tot, aber... Achso. Wie hieß der nochmal? Hansi. Hansi, liebe Grüße an dich. Rassismus. Ich kann's nicht genau verstehen. Boah, die ist so laut, Digga. Yo. Und das sagt wieder viel über die Gesellschaft aus. Aber, it's real talk, warum haben Creeper Angst vor Katzen? Das macht gar keinen Sinn. Ja, das kommt ja aus der Natur. Ah, in echt haben Creeper auch Angst vor Katzen, oder? Nein, aber gruselige Leute, also Leute, die rumcreepen, haben Angst vor Katzen. Okay, danke. People were saying that I should change my, äh, alert sound to like a Creeper hissing. Just to... Oh, äh. Oh, na. Nun gut. Da, äh, äh. Das ist auch geil. Wusstest du, dass die tanzen? So geil, Junge. Wie? Ja, du kannst jetzt verbinden und los. Tschüssi. Ja, das geht aber nur mit nem Dings, aber mit nem Comment-Block, oder? Kein Plan. Geht nicht im normalen Minecraft, glaub ich. Das ist der geilste Clip der Welt, guck. Oh mein Gott, er schlückt jetzt einfach, denkt man. Let's go! Let's go! Bruder! Guck jetzt! Guck jetzt! Guck jetzt! Er baut! Jaaaa! Hey! Fortnite und Minecraft? Hä? Was? Was macht der? Was ist das? Warum schießt der die Villager tot? Ey, Junge! Ähm. Warum? Oh ne, ich hasse sowas. Oh ne, ich hasse sowas. Hey! 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 Der Curse of Vanishing. Ja, ja. Nether Chess, Tall Chess, oh Mann. Was war das? Songs? Es ist halt wirklich dumm, ne? Guck mal, also dieser Trade macht heiß. Oh, Junge. Bohnen. Einfach Bohnen. Wir sind so kassiert. Aber ja, hatte ich auch vor meiner Osttür. Aber oh, nicer Himmel. Weiß nicht, was das sein soll, aber. Oh, nein. Nein, nein. 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 Bruh. Oh mein Gott. Nein. Ja, aber das war auch lost. Oh. Oha, der Arm war einfach alle weg. Nein. Nein. Ich spüre seinen Schmerz. Ich glaube, das reicht. Wir haben genug. Noch zwei Trade-Nest. Jetzt geht es los, Mann. Das ist aber... Ey! Schau mal, das passiert wirklich. Der stirbt, Mann, kurz vor Ende. Marti, Marti, Marti! Ey! Das war schon wirklich, Junge. Ja, Mann, der Hit ist hart, der Song. Warum hat er eine Torch dabei, Junge? Rapptor-Fan. Mikrofon im Inventar. Ja, der ganze Haus start walking. What? Aber das Ding ist, Spark of Phoenix wird es auch hinkriegen. Spark of Phoenix wohnt IRL in so einem Haus. Digga, was in OG musst du sein, wenn du sowas hinkriegst? Hä? Oh mein Gott, Fortnite, Digga. Oh mein Gott, let's go! Oh mein Gott, holy shit! Let's go! Oh mein Gott, Bro, oh mein Gott, he's insane! He's cracked on the case, man! Ja, und die 90's! Holy shit, he's cracked, man! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, okay, krank. Oh mein Gott, okay, krank! Oh mein Gott, okay, krank! Das war wild! Okay, Bro, er würde in Lost-Clan reinkommen. Was war das für ein Clip? Die machen Liebe. Oh nein, er darf nicht. F. 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 Alter Shit Oh ja Ich heiß Spiderman Warum ist das? Nika, diese Scheiben hatten So schlimm einfach Alter, ein eigenes Hotel Ey warte, das ist Jack Paul Das ist Jack Paul, ja Vor dem Punkt Warum? Jake, Jake, Jake Shit Boah, ist laut Jürgen, wie die das editiert haben True, es sagt Do Not Ender Es sagt Do Not Ender Ja Mega, ich fühl's auch so sehr mit meinem Minecraft durch die Landschaft zu fahren, man Es gibt nichts besseres Aber so reagiere ich auch mal, wenn ich einen seh Real Tuck, Leute Ja, aber ich bin Ich glaub Nicht das erste Mal Aber ich bin ja ein Croft Attack paar Mal gestorben Wegen dem scheiß Bücher Und ich hab jedes Mal genau so reagiert Wie sich die Blue Life reingehauen hat Ja, woher denn der Sniper Bro, das ist voll krass Bro, das ist voll krass, Mann Was? Das hat da rein der Trotzung gestorben Das hat da rein der Trotzung gestorben Das ist stark, Mann, stark, stark, stark Hahahaha 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 Give it back, I'm hungry Hahahaha Ich schlag nicht Teamstar Diamonds Lava Oh Ah Noch einer Safeco.. Ne Hahahaha 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 Digger, geht so was? Hahahaha Ja, natürlich, klar Skeletter-Ami Wenn da einen Blitz einschlägt in so ein Skeletter, dann geht das Was? Hahahaha 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 Oh, was? Oh mein Gott Du weinst, Junge, stark, Alter, stark, 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 stark Oh, diese komischen Dinger, wie heißen die nochmal? Die sind Lava-Spieger Er, jump drauf? Ja Ja Let's go FogChamp Einfach einen miesen MLG gemacht Okay, er snackt jetzt eine Rüstung, Leute Oh, das ist dieser Nether-Mod, Bro Der ist anders krank LOL Ich dachte grad, hä? Der ist anders heftig Ja, 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 das funktioniert Gibt's so ne Modifikation, wo das halt direkt fluehle Die Sparen aner�� Jess's Hass Wie krass Der ist hier auf Stickman Swat Denken sie Stickman Stés Signen sie es animation Ja, 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 ja Wie krass Oh белig Crazy TNT Ja ist auf Oh Leute die bohren den einfach ab Ok jetzt Endlevel Digga what the fuck wie krass das gemacht Holy shit wie nice diese Idee ist Aber so nice dass man so das Inventar noch sieht Ja Der trampelt die alle kaputt Ok Bro Äh Digga wenn die mich verarschen Dann werden die erstmal gebombt mit Flugzeug Ja gut selber schön oder Oder ist so alter wenn die mich verarschen no joke Ah zähl ich den gleichen Tipp nochmal Ne ist nicht derselbe Jetzt ist ein Skelett Oh ne Ska Let's go Nuck two on Jetzt bitte den Willischer Sound Leute Geiler Typ Oh man So we're back into the line Got a big axe swinging Ey Das ist der Johnny die irgendwas Geiler Typ Digga Was so Dinosaur Nein 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 Digga ich weiß dass ich Nibson das erste mal hatte Da war ich zwölf Ja 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 Creeper Reicht langsamer eigentlich I can never forget those eyes 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 And baby you die The Creepers kinda stole all ourself again Ey locker der hat so nen Enkel der hat gesagt Bitte Opa sing das Lied bitte Oder er sagt einfach doch ich bin ein geist kranker Sänger kann auch sein Ja weniger Oh was Alter Lol es hält sogar Honig oben runter Dicker Die Bienenkönigin Alter krank Als ob die da so arbeiten willst Ja aber das war ne Fabrik Crazy nice idea Okay guys the upside down house They said I wouldn't do it but I did Let's check inside Got to go up the ladder to get in It's upside down so Got to do what you got to do Alright we got paintings We got lots of books for reading Keep that knowledge up baby There's a bed for sleeping of course Let me show you the basement Ah es gibt es den Keller Okay we got a lot more books And a chest let's check inside the chest Oh There's an upside down house inside the chest Ah It's good It's a good house Back up to the main floor Wow Upside down house guys Upside down house Danke P Payk Danke P Payk Geil Digga Die Zeit in meinem Leben wird mir einfach niemals jemanden wiedergeben Shit shit dige Alter Denkst du niemals zurück no joke Wex nicht Kommn jetzt mal noch lustige Memes oder Hey Oh Nein Oh Nein Oh Nein 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 AKANI Bro No Lava AKANI Warum Darum halt Ok chicken Hör mir auf, ich hab Angst Nee, nein, 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 nein Ne, 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 ne Da isstnd die da ja Ja Der kriegt Schmerzen davon! Hey Henry! You're getting pretty old, buddy. I'm gonna miss you, alright? Woah! Welcome to the Gulag! In Gulag! Das ist Henry! Hat Henry gewonnen, ja? Ja! Oh shit! Hey, where'd you come from, buddy? What's up? Woah! Ähm... 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 What? Pan, alter... Digga, das war ich in Varro, wenn ich den ersten Baum abgebaut hab. Ja, genau so, oder? Let's roll in the video. Junge, dieser Scheißclip, der so dermaßen viral gegangen ist von mir. Auf TikTok! Ahaha! Digga, nicht nur auf TikTok, auf Reddit, auf 9gag überall! Und du dann... Die ganze Welt lacht über mich, Junge! Äh, so gut. Hoffentlich stirbt die Katze. Bro, warte, Bro! Oh shit! Just jump! You have 9 lives! What the fuck? Ja! Und sie läuft mal! Wahrscheinlich! Hä? Oh! Catch him! Bitte nicht, bitte nicht, oder? Oh, Junge! Was sieht du da aus? Die Anxiety-Machine! Die Anxiety-Machine! Ja, I'm a Creeper, man! Creative Mode be liked! Ja, man! Real talk! Bro? Wohin? Ja! Aber... Okay, Knarren hat man jetzt eigentlich nicht. Doch! Ach, Bro! Katze! Die jumpt auch! Ja, dumm, 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 dumm! Lama! Oh! Keine smarten! Scharf! Ich glaub, ein Villager ist sehr smart! Oh! Yo! Wahrscheinlich! Wahrscheinlich, Digga! MLG! MLG! Oh! Oh, es kommt jetzt! Ähm... Ahhhh, chillig, 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 chillig! Was ist der Plan? Was soll's werden? Hallo? Hey, oder?! Wie viel ist Bon denn der? Jetzt zerstört der den Boden! JOOOOOOO! Okay, das sah aber geil aus! Good Boy! Good Boy! Oh nein, Bro, Bro! Vorsichtig! Wie geil! Irgendwann, dieses Tracking ist ja so dumm! Diese Mucke, Alter! Hä? Minecraft Steve, eigentlich Smash! Der baut sich einfach nur dazu! Steve, als bei Steve zu Smash gekommen ist, ganz wild! Okay, Oso Minecraft, Leute! Hä, warum ist das? Dein Dream! Kennst du Dream? Let's gooo! Das sind einfach diese Ticken, diese indischen TikToks in Minecraft! Let's go! Minecraft! Attacke! Krabby! Ja! Oh, Baby! Was steht da oben? Pornapunkt jetzt! All I have are some of these special Krabby Patties! Is that all you have? Would you boys like to try some? Ehm... Check out, alright! Toast! Toast from DanGalpCookies! Der Typ heißt Eiger Silver! He's cookies is good! He's sour white cookies and fucking good! Give me two more! Give me two more! And good! Hat auch jeder schon auf TikTok gesehen, Leute! Der Typ gegen Junge, der ist so berühmt geworden, nur weil er rumschreit weil es Essen schmeckt! Richtig so! Oh oh! Marihuana Farm! Hä? Hm... Guck mal, die verkaufen Drogen! Ja, gegen... LOL! Hä? Ich und meine Minecraft-Jungs am Dirty-Business machen! Bro! Wer zur Hölle macht Drogendeals in Minecraft? Ich! Wo ist los, Digga? Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Nein, Digga! Die zerquetschen die, oder? Nur das... Nein, nein, nein! Fällt es auch... Oh! Bro, die erhängende Kuh! Okay, das ist glaube ich nicht legal! Ich glaube nicht, dass das legal ist, Digga! Nein, ich glaube, Lukas... Ich wurde in Minecraft aber auch geköpft, falls hätte ich noch... Boah, weiß ich jetzt nicht! Ach du Scheiße! Minecraft im Jahr 2040! Alles klar, Augenkrebs! Oh! Ach, chillig, ein Arschloch! Was? Boah, krank! Was kommt jetzt? Giant Cyberbacks! Eine doppelte riesige Axt! Ui, Memo, schau, was passiert! Hey, macht jetzt... Er macht, glaube ich, eine riesige Axt! LOL! Er macht so eine... So eine Wikinger-Axt! Ja, ich glaube, so sahen die damals aus! Die waren ja bei den Wikinger immer aus Diamanten! Na ja, nee, aber... Alter! Oha! Oh, das ist sick! Das sieht echt brav aus! Ja, we remember! Ey, wer ist das? Boogie... 4... 24... Irgendwie sowas! Ich glaube, der hat sich gefreut! Er hat krank abgenommen! Pst! Dieser Moment, wenn man nichts lesen kann! Und er kriegt dann so eine Scheiß! Ja, ja! We viben! Ey! 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 Leute, was ist das? Ich will rein! Ey! Boah, warte! Wer ist das nochmal? Ähm... So ein Streamer! Danke! Ich glaube Standardskin ist das! Ja, ja, jetzt wo du das sagst! Oh, so dumm! Warte! Warte! Das ist warte! Warte! Wie kannst du ihn sparen? Anzünden, ne? Nein! Andere Reihenfolge, glaube ich! Bin mir nicht sicher! Oh nein! Oh nein! Er ist zu mächtig! Er ist zu mächtig! Ein Wither! Oh! Er ist zu mächtig! Oh! Digga, der muss gestoppt werden! Shit! Hey! Vergess nicht, a wife zu abonnieren! Von deiner Mom, Digga! Okay! Ach, der Villager? What the fuck? Oh nein! Das war sehr smart gespielt! Ja, ich bin mir vor, Digga! Bruder, ist das ein Film, oder was? Oh, Mann! Das war nicht spannend! Das war todeslangweilig! In der Schule nie Freunde! Ganz ehrlich, Alter! Dass du sowas einfach gibst, Digga! Okay, jetzt reicht's! Nein, bitte nicht! Nicht am Donalds! Oh nein! Joe Biden! Joe Biden! Oh nein! Der wird einfach abgeschafft! Hey, Guys! It's Kendall Jenner! Come get in the bed with me! Ah, ja! Okay! Kevin Klein! Ich kenne den Song nicht! Ah! 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 Lol! Ey! Real Talk! Real Talk! Jeder hatte das schon! Was macht er da? Chicken Strips? Ego! 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 Ego's here! Ego! 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 Du ein Flip! Okay. Loll. Tschüss, was denn das? Oh nein. Oh, Digga, hast du das Cursed. Oh nein. Loll. Rage Room. Ich glaube, da ist Lava drin. Oh nein. Die Minecraft-Version habe ich nie gespielt. Diamonds. Wow. Kein Seek-Touch. Loll. Oh mein Gott. What? Wolf, went up in flames. Nein, sein Haus ist abgebrannt. Junge, wie geil ist das gemacht? Das war ich in Craft Detect, wenn mir jemand einen Chat geschrieben hat, dass du gerade irgendwas an meiner Bude machst. Genau das, Digga. Ich fühle das. Leute, das war's für dieses wunderschönen Video. Guck mal, Junge. Was denn? Den Clip will ich noch sehen. Den Clip will ich noch sehen. Okay, guck ihn allein. Ich guck nicht hin. Hallo. Uh, Stickbutton. Ja, Digga. Wir haben jetzt weiter geguckt. Mein Gott. Ehre, Digga. Okay, nicht lachen, ne? Ne, ne. Look up, then right. Also hochkucken und dann nach rechts. Was? Ne? Nein! Nein! Was? Digga, what, 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 what? Bro, was war das, man? Oh, Avengers. Ja. Alter. Holy shit. Mal gut gemacht. Okay. Oh nein. Da wird wieder irgendwas stehen. Ich tippe auf Send Nudes. Digbockt. Digga, wie fucking flach. Boah, meine Ohren. Junge, meine Ohren, Alter. Oh? How the fuck did he not die? Nein! Oh. Oh, oh, oh! Boah, Digga. Digga. Gabo Zias, der PvP-Pro. Gegeben. Wer ist was, die GHG? Junge, diese Musik. Das war's. Oh nein. Oh nein. Oh my God, shit. Tot. What was the ferret? I need one lava. Huh? Wer braucht der lava? Ähm. Will das Portal? Ja, aber er braucht doch keinen. I probably take this. Er braucht doch noch einen Obsidian unten links. Okay. Doing what Dream says. Ja, Bro. Er... Oh, ich kann mir das nicht angucken. Maybe not. Maybe not. Shit. Ich hör's schon. Ich hör schon die Lava wieder, Leute. Äh. This is fucking bullshit. This is fucking bullshit. Tfew ist gerade auch richtig am Minecraft-Grind, ne? But it's Curfew at zero zero. Was ist Curfew? Reset, glaub ich, ne? Ja. What the fuck? Das geht doch gar nicht. Das ist doch illegal. So gut darf man nicht sein. Hallo? Hä? Enderman had a big brain. Oh, Junge, Junge. Ja, weil er auf der Leiter halt ist. Oh mein Gott. What? Digga, einfach Leiter-Push. Okay, so bekommen normale Leute Essen in Minecraft. Ja? Ist ja richtig so, ne? Genau. Ja, Dream. Ja. Ah, Digga, safe. So tryhard. Oh ja, oh ja. Rein damit. Ja! Zaubertrank. Digga, der Typ ist so verwirrt nach rechts. Mach mal jetzt! Ah! Ah! Oh! Ihr getötet. Junge. Psch, psch, psch! Hinter ihm. Ah, das ist Minecraft-Logo! Voll schön alles. Voll geil. Das Spiel ist so nice. Mensch. Wo war der Meme? Der Meme. Nein. Oh, Digga. Oh, oh. Oh, oh. Wo ist der? Hinter dir. Das erinnert mich an meinen Swim-Club. Hä? Wo ist er denn? Oh, oh. Oh, Bro. Oh, oh, oh. Nein. Ja, was? Minecraft Earth. Oh, oh. Tyler One, so ein Gott. Oh, oh, Junge. Weil jemand mit seinem Girl. Oh, nein. Was? Okay. Oh, my God. Get in the car, bitches. We're going shopping. Nein. Yes, I see. Woo. Let's go. Okay, Digga. Okay, let's go. Oh, what to do? Oh, nein. Oh, no. Spons Bob. Why he die? Green man make boom. How? Every door is guarded. Who said anything about a door? Um... Er sagt sogar noch, nein, das wird nicht passieren. Oh, Hornswogel. Oh, der Underfaker kommt. Der Underfaker. Jetzt kommt Steve oder so, safe call. Oh, hier, O'Brien. Oh, nein. Oh, nein. Alle down, Digga, alle down. Ganze Publikum auch. Ja, selber schuld, ne? Ja. Das finde ich auch, wenn ich kein Essen in Minecraft habe, Digga. Und, Irene. Man steht vor diesem Ofen und wartet einfach. Oh, nein, er stirbt vorher, oder? Beste. Okay. Okay. Sein Loot ist noch da. Nein. Er respawnt genau jetzt. Ach, Bro. Bro, der ist gerade drauf. Warum ist da ein Panda im Nether? Oh, nein. Oh. RIP. Oh, Digga, der Arme, der hat sich einfach da runtergegetet. Warum? Der hat einfach keinen Bock mehr. Der hat einfach keinen Bock mehr. Schade, Mann. Er kriegt die ganze Zeit Leben aufgezogen. Okay. 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 Hat er selber gemacht. Ich glaube, ich kenne den Clip. Ich glaube, wir haben ihn schon mal gesehen. Alter, alles Diamanten. Dieses Mikrofon, Junge, Digga. PC ist damit kaputt gegangen. Der wird hochgehen, nicht hinten, nicht hinten Warum, warum macht es das, warum Das ist der Enderwachen, oder? Ja, das ist YOUR breath, ich glaube Das kenne ich auch, glaube ich Wenn man verrottetes Fleisch isst Oh nein, darf man nicht, darf man nicht Manchmal geht es nicht anders Shit, okay Enderman Der ist richtig sauer, der ist richtig sauer Nein, nicht essen, das gibt ich Oh nein, oh nein Okay, letzter Glypf, Leute Ich glaube, die freuen sich, dass regnet So happy einfach Okay, komm, den noch Okay Oh man Oh, schade Ey Lava Ich kenn den Glypf Ja, ja Ja, ja Oh, oh Digga, was war seine Mission, Junge Die sind alle so aufwendig gemacht, ne? Ah, shit Junge, Junge Passa, nena Mach die Disc jetzt rein Mach rein Mach rein Wild Creeper Hintern Kinder Was? Das Dach ist... Äh Ähh Äh Äh Jungen Er ist einfach verbrannt Junge Gib mir! Hahaha Hahaha Oh! Oh nein! Ticktolde Indiana Jones Shit Tick out in more waters? Pfff Yeah real fun Hahaha Hahaha Tick out these indischen TikToks Hahaha 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 Ja man, wenn man rein muss Also gut Oh nein Hahaha Oh nein Hahaha Oh 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 nein Hahaha Weißt du, weißt du warum? Nein, warum? Weil das Ding ist Wenn man nämlich ein Schaf dem Name-Tag-Dinner-Bone gibt, ist das verkehrt rum Ach stimmt, stimmt, stimmt Wusstest du nicht? Ich bin hier der Minecraft-Experte Doch, jetzt weißt du Ach komm Ich hatte mein erstes Mal in Minecraft Ja Hahaha Hahaha There is something I could have done for a long time Nooo 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 Oh, oh nee Oh nee Oh nee Er hat den Apfel ausgewählt jetzt Oh, Digger Oh, Digger Oh, Digger Hä? Was? Dranken Josh! Mit dem Minecraft! Joder wie geil! Stark, stark, stark! You're right! Weiter gehts! Boah, das hab ich früher gefühlt, Minecraft mit krassen Shadern spielen. Bis ich erstmal einen Shader drin hatte. Ich hab's immer ohne gespielt. Oh! Shit! Shit! Aber doch nicht bei einem Baum! Der hat mir grad was in den Ofen getan, der Hund. Und? Junge! Äh! Was? Warte mal! Lol! Äh! Äh! Tschüss! Ganz ganz weirdes Ding! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Killt er die Katze, Digga! Oh, er verbrennt irgendwas. Die Katze springt da rein. Oh, oh, no. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ehrenmann, Digga. Äh, ähm. Digga, der ist mindly depressed, oder? Ich weiß ja nicht. Versuch die ganze Zeit die Schildkunde zu hitten. Was ist? Digga, das bist einfach du als Zombie, Junge. Das ist ein Skelett. Äh, Zombieskelett. Was? Hä? Oh. Hä? Das ist illegal. Egal. Was macht der jetzt? Der macht den Stein, baut der jetzt gleich ab und dann kommen da so viele Spinnen raus. Safe Call ist irgendwie verpackt, oder? Ne. Oh mein Gott, das ist so smart. Oh. Oh. RIP. Das war nicht smart. Digga, Qualität wieder mit nem Toastbruder aufgenommen. Was? Ähm. APU. Die haben den neuesten Meister aufs Haus bekommen. Das träumt mir heute. Das war so eine Serie, wo eine Familie ein neues Haus bekommt. Nein. Den kenne ich schon, den hatten wir letztes Mal. Soll Rither sein, Leute? Ne. Okay, doch, hier, O'Brien, sorry. Ja. Oh, ich bin auch in Mayrattenhaar. In Mayrattenhaar. Immer, immer, immer. Hm, stimmt. Sven ist dein Hund in Minecraft, ne? No. Hä? Ich hab's ja gehasst immer, ne? Diese Scheiße. Man klebt doch immer da ein Pest und sowas. Oh, shit! Schade. All right, guys. Check this out. So, if I feed these two cows wheat, it makes a baby. Mm-hmm, yeah. Right? If you use a bucket on both cows, I get two milk. Mm-hmm. So, this is my conclusion. One of the buckets is not milk. Ja, und wir trinken es trotzdem. Okay. Are you ready? Klappt niemals, was wir immer nicht vorhaben. Irgendwas MLG-mäßiges. Naja. Oh. Digger, wild. Er hat ihn mit einer Angel hochgezogen. Stark. That was really close. Oh my God. That was so sick. Digger, was lehren, man. Er ript ihn einfach. Hätte ich genauso gemacht. Oh. Oh. Oh, shit. Oh, Diamonds. Oh, shit. Jünger, Minecraft ist so ein Drecksgame. Oh, shit. Manchmal gönnt es einfach nicht. Jünger, das ist doch der krankeste Clip überhaupt. Oh, Diamonds gefunden. Ja, und Lava. Digger, Bruder. Das habe ich jetzt so nicht erwartet. Also, was sind die ganzen Survival Games Maps? Oh. Er ist einfach gestorben. Gestorben. Wild. Hä, ich kenne davon irgendwie die wenigsten. Nee, es sind doch keine. Ich habe mich vertan. Sah nur so aus. RIP an der Stelle, Digger. Nix. Aber es ist echt real, Digger. Oh, shit. Not again. Here we go again. Oh, shit. Oh, shit. Here we go again. Oh, shit. Can you tell me this whole time I've been using just regular old Scotch tape to fix my bricks to my doorjams? It's gonna be revelation. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das ist beide. Ich liebe diesen Clip, Digger. Den hab ich kenn' ich schon, Leute. Den hatten wir sogar schon mal. Ja, ja. Aber. Ist das aber immer wieder lustig, Junge. Mit diesem Schild, Alter. Oh, shit. Oh, biegen. Okay. Hey, Schlatt. You just caught me. I was... I was just finishing my... My, my, my epic base. Kripper. Look at this. Look at this. I... I couldn't make this incredible. This is all the grind. This is all the grind. All the drive. The entire life has come to this point. Look at this. Look at the inside. It's all made of diamond blocks. Look at this. Look at this. Ah. Let me... Let me get a... Let me eat 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 a... Tschüss. Hey, das kann ich mir nicht geben mit den Sounds. Nein, Digga. Das zählt. Das hat gezählt. Das hat safe gezählt. Mit diesem Schild. Diese friedliche Musik. Alter Junge. Ist das dumm. Ich meine, die tun sie ja nicht mal richtig drauf. mich lieb für die sechs wie zum out. Wir machen mit dem Schild. Das hat sich in den Versen une report. Sie ohne��seidungen nicht haben. Das hat sich in den Versen wonder. Hey, das hat sich über den Herz. Das hat er Mmmm nicht mit. bach mit dem forums. Von Schild. north her. '